Liebe Jill, es ist viel zu lange her, dass wir den Dimmer auf Halb hatten. Lass mich deine süße Stelle wieder entdecken. Viele Grüße von deinem Ehemann Lloyd. Frohes neues Jahr im Voraus. Oliver? Ja? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Sieht wie ein Brief aus, aber ich weiß nicht, was drin ist. Ich denke, du weißt es. Wieso hast du das geschrieben, Oliver? Das ist nicht witzig. Wenn ich das geschrieben hätte und ich gebe damit noch nichts zu, dann weil ich mit Papa geredet habe und er genau das will. Du hast mit Papa geredet? Er weiß, dass er nicht perfekt ist. Worüber habt ihr geredet? Hör zu. Er hält dich immer noch für attraktiv und er will immer noch mit dir schlafen. Erfindest du das, Oliver? Papa und ich sind uns einig. Wir beide wollen, dass diese Ehe funktioniert. Stehst du zu uns? Slarven. Und ich bin läser. Einmaler! Vielen Dank.